So, dann starten wir mal das Szenario. Ich bin schon mal gespannt und wir werden es gleich, gleich... So, hier sind wir in der Welt angekommen und da sehen wir sie auch schon, die Chemiefabrik. So, und hier sieht man auch den Shader, der jetzt den Baufortschritt anzeigt. Ja, das Haus wächst und wächst und fertig ist es. Ja, das war GWX, der Bauschader.